willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten ja ich habe alles noch mal neu aufgenommen leute eigentlich sollte das video hier schon irgendwie in den namhersturm kommen aber ich habe alles noch mal neu aufgenommen das lag einfach daran dass ich ein paar probleme hatte am samstag sonntag die mir selber tatsächlich so nicht aufgefallen sind vor allen dingen nach meinem mikrofon tausch aber ich glaube das funktioniert jetzt wieder ich hatte halt ein kleineres problem und da habe ich jetzt den ganzen morgen ran rum gedoktert dass ich das wegkriege es war eigentlich relativ einfach und ich glaube ihr versteht mich jetzt ein bisschen klarer deutlicher lauter was auch immer ich hoffe nicht zu laut aber wir steigen rein in clash of clans und zwar ja hatte ich ein bisschen nerven gezeigt ich glaube so sagt man das wenn man nerven gezeigt hat dass man nerven gezeigt hat aber aktuell in der liga hier waren wir jetzt immer live dabei fand ich sehr sehr gut tausend dank leute dass ihr mich so hart habt unterstützt okay dirkson kriegt gerade besuch aber ich habe schon gesehen dass der sexpistel hier ein dreier gesetzt hat den gucken wir uns gleich an aber erst mal will ich euch zeigen wo ich nerven gezeigt hatte und zwar war das im ersten klankrieg dort habe ich nerven gezeigt dort habe ich nämlich ein einsteller gemacht habe ich ein einsteller gemacht ich meine dann zeigt man sowieso schon mal nerven aber hätte ich hätte 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 fahrrad schlauch ich die ruhe da behalten also ganz easy peasy die ruhe behalten dann hätten das auch drei sterne sein können ja so ist das leider nur einer geworden da das müsste gewesen sein mit 82 prozent wir gehen mal rein und dann kann ich euch das dilemma so ein bisschen erklären also plan war tatsächlich und der gegner hatte vor allen dingen vier mal diese bs aber ich konnte mir keinen angriff angucken weil ich recht früh angegriffen habe ich jeweils in den kriegen das heißt ich konnte mir die hits von den anderen noch nicht angucken letztendlich sehe ich was man hätte machen können ja e drachen hier von neun bis von zwölf bis drei uhr runter fliegen und gut ist habe ich aber nicht gemacht ich habe mich für messhocks entschieden und wollte eigentlich die die clan book eliminiert haben da hatten die auch immer drin drei ballons und einen elektro drachen wir haben darüber gelacht ich jetzt eben nicht ich dann nicht mehr ich habe da nicht mehr rüber gelacht leute aber egal also plan war klar dass hier alles irgendwie schaffen und dann mit masshocks hier über diese flanke hier weil dieses stück hier das wollte ich mit meinem world champion weg machen also diese verteidigungsgebäude um dann hier schön in die mitte durch die mitte durchzureiten mit den hocks ok was ist raus geworden soll ja auch immer für euch so ein bisschen lernen und hilfreich sein also erstmal hier unten die der staat ja da da habe ich schon nerven gezeigt da wusste ich schon nicht wie machst du das jetzt mit wie vielen fingern setzt jetzt seine truppen ja und da schon tesla toll toll ok und der drachen und die nun sie gehen erstmal auf meine bodentruppen also auf den king und auf den jeti da hinten da waren da waren jetzt schon meine ersten sorgen leute das waren jetzt schon meine ersten sorgen queen ja läuft dann rum wusste ich dann erstmal die loons giften ist mir auch nicht wirklich gelungen tolle wurst die lassen jetzt einmal fallen das reicht die heilung dann leider nicht für meine für meine prinzessin dort also royal champion rausziehen und dann habe ich da habe ich schon nerven gezeigt denn ich habe alles gegeben der royal champion auch noch in die unsichtbarkeit hat alles nichts genutzt hat alles nichts genutzt hat alles nichts genutzt schnell noch ein minion rausgezogen eine habe ich gar nicht gemacht an der stelle aber der royal champion ja okay der geht jetzt natürlich nicht aufs rathaus ist halt noch nicht aktiviert ok wie ist der tote dann weiter vorgegangen jetzt haben wir nur hocks wir haben eine kaserne und ich hätte wechseln können leute in einen locken launcher hätte 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 ich es mal gemacht ärgerlich ich setze jetzt die hocks von hier unten und auch die kaserne da waren ja morhocks drin ach da waren nur mehr hocks drin das war halt das doofe der pecker geht jetzt ganz genüsslich außenrum oder die pecker dame geht ganz genüsslich außenrum und ich habe irgendwie gehofft dass es werden er keine 50 prozent bis bis zum rathaus meine da braucht man da brauchte ich jetzt nicht durchzählen aber egal ich habe es irgendwie dann probiert und dann kommen hier noch noch mehr hocks raus jawohl ja und eine doof gespielte kampfmaschine wo ich hätte nur ein bisschen dann überlegen brauchen also ich hätte nur überlegen brauchen menschen spielst du lockt launcher besser heilsauber ever da am rathaus ich habe echt nerven gezeigt ein bisschen also wie gesagt lockt launcher raus einfach richtung rathaus fahren lassen das holz hätte in jedem fall das rathaus aktiviert da waren neun hocks drin wir hätten das rathaus denke ich auch mal geschafft und dann wären das zwei sterne es hätten sogar drei werden können denn ihr seht das hier die gesamte dev ist nämlich weg die gesamte dev ist weg bis auf ein aktiviertes rathaus aber leider müssten meine hocks sie müssten jetzt noch jede bombe da oben am rand mitnehmen ist ja auch richtig so ja also da schon mal eine kleine da noch mal eine große da noch mal eine sprungfalle alles in ordnung wir haben es halt nicht ganz geschafft ja so blieb das jetzt ein stern also so habe ich hier ein bisschen nerven gezeigt und das alles live unter den augen unter den harten augen meiner zuschauer was dann auch die die sache jetzt nicht einfacher macht ja aber dafür hieß an der stream ich glaube der erste stream hieß ja auch cw live klammer auf mit fels klammer zu und so sollte es dann auch sein ich muss mal eben das fenster zu machen weil da jemand mit so einem bläser durch die gegend geht er mich vor allen dingen sehr sehr häufig ärgert okay naja was was willst du machen ich meine ich aus der nummer kam ich jetzt ja überhaupt nicht raus und aber die anderen hier haben alle gut angegriffen mit aver habe ich auch ein dreier hier unten geholt und wenn wir schon mal da sind dann gucken uns natürlich hier die drei sterne an halt hier oben rüber waren sie von her mortus und die bases hier leicht gerascht also vom gegner die bases waren so ganz ganz leicht gerascht wenn auch nicht so ultra stark aber immerhin hatten sie ein rathaus immerhin hatten die ein rathaus 14 oftmals die kette einfach nach oben die adler artillerie und das reichte an der stelle und ja sehr ärgerlich und vor allen dingen viermal die gleiche base im ersten klankrieg hätte man jetzt auch warten können aber ich wollte ja unbedingt mit euch clash of clans auch spielen ich habe ja wochenend auch am sonntag vor allen dingen was anderes angefangen zu zocken und zu streamen new world ist im moment in aller munde und wer da genau hin fragt der kennt mich der weiß dass es für mich nicht gut ist wenn ich solche spiele spiele weil die klauen mir zeit bei clash of clans ist einfach so aber man ich finde auch ich habe lange auf so ein tolles mmo gewartet und das macht einfach laune das macht einfach laune auf viel viel mehr und ja ist mir auch ganz gut gelungen glaube ich bis auf die tatsache des mikros aber ansonsten habe ich das ganze ja auch nicht auf meinen pc gespielt sondern auf meinem notebook habe das dann hier rüber gebracht in die aufnahme hat auch ganz gut funktioniert und so mache ich das in jedem fall so ein bisschen weiter also seid nicht ganz so traurig wenn ihr wenn ihr mal aufploppen seht auf live so komme ich glaube ich immer hin aber jetzt unbedingt nicht im titel sofort clash of clans habt ist einfach mal so einfach für mich auch ein bisschen aber ich will nicht sagen entspannung aber es ist einfach es ist einfach schwierig muss man auch so so sagen einfach mal ein bisschen tach tach sein lassen hat der motto sich auch gemacht mit hybrid natürlich sehr sehr stark jetzt mit den messhocks und auch mit dem ein level wo die meiner hochgegangen sind also tach tach sein lassen und einfach ein bisschen chillen einfach ein bisschen kräften was man da auch immer so macht und sich gar keine gedanken machen um strategien wie lege ich welche base muss man da gar nicht machen später im gameplay muss man das sicherlich auch dann machen wie lege ich welche bosse und so weiter ja da wird dann auch fleißig gestorben denke ich mal und war aber diese base hier ist auf jeden fall schon mal gedreiert vom mortus und im aktuellen habe ich jetzt noch einen vom sexpistel glaube ich der dort auch heute schon gedreiert hat ich habe heute beziehungsweise in dem klankrieg der heute läuft eigentlich ganz gut meine meine zwei sterne ja meine abgeliefert entschuldigt bitte ich muss jetzt echt gerade mal einen schluck trinken ich habe heute schon so viel geredet weil ich das ganze den ganzen vormittag hier mein mikrofon getestet habe und das ganze gesetzt hatte etc oder gesettet hatte und dann gehe ich mal mit euch hier hin wartet mal wo müssen wir hin ich gehe auf den dreier ach nee das war war ein hedi den hammer dort waren hedi haben wir gestern schon gesehen den haben wir gestern schon gesehen deswegen zeige ich euch den nicht live dann aber gestern im live stream gesehen und deswegen nehmen wir die ringbase hier mit ok der sexpistel ist auch echt schon mal lange mit dieser armee hier unterwegs in den klankriegen aber bisher eigentlich nein den letzten klang kriegen glaube ich auch mal mit ein stern nach hause gegangen aber ich meine jetzt in der liga schön dreier geholt zu haben ist natürlich mal ein bisschen netter traut toll testler da oben ist aber nicht so schlimm ok ich hoffe ihr hört das nicht lohnt ein mikrofilter die diese blasmaschine die jetzt gerade im friedhof huscht wieder weg ich meine macht keinen sinn blätter von a nach b zu fegen oder zu pusten die dann sowieso wieder nach einer stunde da wieder liegen weil es heute windig ist aber egal muss ja derjenige selber wissen und schön hier in die mitte reingekommen jetzt bin ich mal gespannt wo er die bets denn los lässt denn das ist seine strategie ok da kommen sie da oben auf vier finger verteilt aha auch nicht schlecht weil die hier unten kein flächenschaden mehr ist erstmal perfekt hat aber auch noch ein eisgolem ich denke mal hier unten für den magierturm wäre der schon sehr perfekte eine magierturm wird weggemacht vom royal champion er hat auch absolut keine chance und dann denke ich mal später jetzt sehen eisigen golem worten auch worten hingespielt habe ich den jetzt nicht gesehen er hat er noch gar nicht gespielt ok hat er vergessen oder nein er spielt denn da am tesla ok aber ja ok der rollchampion hat das hier und dass das ganze geschäft hier unten ja gemacht perfekt so hat er die queen noch mal ein bisschen geschützt dass die hier mit dem mit dem kleinen heilerpferdchen noch weiterhin im im game war und aber auch noch nicht gezündet drei helden noch zündbar sehr dominante angewürdig muss man sagen wir machen übrigens am mittwoch weiter wir machen mit am mittwoch weiter mit den streams von clash of clans unter umständen ist wie mich natürlich ein bisschen er dann aber leider nicht clash of clans aber die tagesaufnahmen kommen jetzt in jedem fall von montags bis freitags das habe ich mir auch so weiter vorgenommen das müsste eigentlich auch so funktionieren und in die zeit lässt es in jedem fall zu euch so ein bisschen aus den klaren kriegen etwas zu zeigen für morgen die folge musste ich natürlich auch noch mal neu aufnehmen die ich hatte alles vor gedreht habe dann aber wie gesagt am sonntag gemerkt dass ich mikrofonprobleme habe im live stream und deshalb habe ich dann natürlich auch bei den aufnahmen gehabt aber ist jetzt nicht so tragisch gewesen dass man dass man das nicht machen konnte beziehungsweise dass ich das nicht noch zweimal aufnehmen kann wir gucken uns ruhig mal an den haben wir zwar schon im live stream glaube ich ich meine ja mal im live stream gesehen ja ich meine dass das war im live stream oder vielleicht im live stream in der wiederholung aber sind die echt im moment so stark ist das ist das meter zurzeit könnt ihr mir mal in die kommentare schreiben weil das ist nicht der erste angriff den er war nie so macht und es sogar so schafft oder war nie da war nie da war nie da wann heder ob das die neue meter ist einfach so die drachen raus ballern paar balloons davor und nach mir die nach mir die base die gleich nicht mehr steht ich weiß es nicht er macht das wie gesagt jetzt schon zum zweiten mal blind mit rein mit ich glaube mit jeti und mit walküre lässt auch ganz genüssig dadurch fliegen hätte für den feger fließen sollen aber da kommt gerade so durch an die hatte diesmal uns dann gehabt okay das reicht auch die masse da und ich werde noch mal weg hat er sogar noch mal richtig glück dass die weg gepustet werden hier unten und nicht dort in im gift gestorben sind er hat ja nur den fries effekt ne der hat ja den fries effekt glaube ich an der war ein 14er hat der fries effekt wo ich wollte gerade sagen gift effekt und dementsprechend jetzt wird jetzt werden sogar seine seine drachen hier die ganze zeit weggedrückt aber der worden macht endlich den feger weg so dass die auch mal ein kleines stückchen weiter kommen trotzdem luftabwehr ist da noch am leben und trotzdem haut er das ding hier weg der single inferno gibt alles queen ist sogar noch zündbar gewesen jetzt zum ende musste auch glaube ich auch machen weil die zeit so eng geworden wäre am ende und aber oben die drachen haben das ganz easy peasy gemacht und ich weiß nicht ob es im moment die neue meter ist aber ja das ist ja schon irgendwie so netz hüfte zwölf lohns 88 elektro drachen worden dabei und dann mal gucken wo man rollchampion spielt und kriegen ich glaube das ist beta leute okay ich bin aber erst mal am ende ich muss mal gerade gucken ob meine aufnahme überhaupt noch weiter aufnimmt aber ich glaube ja doch sie nimmt noch weiter auf alles klar und wir sehen uns in jedem fall dann am mittwoch auch wieder ja ich würde sagen aus den cks passt in etwa 21 uhr wenn wir so starten dann haben wir kurz danach ck start immer in den neuen tag falls sich da nicht was verzögert aber sonst können wir natürlich auch ein bisschen auch nur so klischen hier viel lieber für passt etc und dann würde ich sagen bedanke mich fürs zu schauen und fürs zu hören wir sehen uns dann in den streams wieder beziehungsweise auch in den folgen hier damit verabschiede ich mich vielen dank euer toto ein